Nach seltenem Lowe-Post, Lena legt paar Schnappschuss nach. Lena Mia Landroth, 27, hat das, was in Promikreisen spärlich gesät ist, eine jahrelange Lowe-Story. Die ehemalige Eschg-Siegerin liebt Agenturchef Max van Helldorf schon ganze acht Jahre. Liebesbekundungen in aller Öffentlichkeit verkneift sich die Sängerin allerdings, so gut es geht. Zu ihrem Geburtstag Ende Mai machte Lena dann doch eine Ausnahme. Den süßen Dankeszeilen an ihren Liebsten folgte nun ganz überraschend erneut ein Liebes-Post. Max war schon immer der eine für die Gartstürmerin. Lena lehnt sich in die Arme ihres Schatzes. Max' starker Arm liegt auf ihrer Schulter. Zusammen guckt das Kupple auf eine Straße ein Instagram-Schnappschuss wie aus einem Filmtreier. Dazu schreibt die F.I.W.S.N.D.O.U.T.E. Interpretin, es bist schon immer du gewesen und fügt ein Herz-Emoje an. Diese Liebeserklärung verzaubert nicht nur unzählige Fans, die ihre Glückwünsche in den Kommentaren teilen. Auch Promis freuen sich für Linas Glück. Schauspielerin Emilia Schüler, 25, postet ein Emoje mit Herz-Augen und Model Lena Gacke, 30, findet das Pick, so süß. Ob nach so vielen Jahren Beziehung bald der nächste Schritt ansteht? Gerüchten um eine Verlobung nahm die Musikerin erst im Mai den Wind aus den Segeln. Kein Ring und auch keine Schwangerschaft. Aber es geht mir sehr gut, verrät Lena gegenüber Bunte. Beziehung bei Bunte. Beziehung bei Bunte. Beziehung bei Bunte. Beziehung bei Bunte.